Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wünsche dir alles Gute, heute Abend wird gefeiert. Ich werde mal die Ticken, die einige gestern Abend erlebt haben, hat heute Geburtstag und spielt Beifahrer bei Klaus. Klaus, es wird auf der Piste geblieben. Bei dem Klaus Ritzinger muss man vorsichtig sein, der ist knapp um die 50, heiß wie ein Junge, was Rallye-Bahn betrifft. Das Auto ist natürlich ein Top-Auto, umhörterstelliger Vorwies-Weiß. Lasse Dundler mit seinem Beifahrer Paul Rosenthal auf einem Landjahr-Belka-Integrale-Truppe A. Im Hinterland bekannt, Udo Schwarz, der Mann, der schon immer versucht hat, die Hinterland zu gewinnen. Und einmal gleichens Udo ist ein bisschen Glück. Der Udo hatte ja vor zwei Jahren als sehr schweren Unfall, hat sich aber entflossen, bei der Hinterland wieder ein klotentes Auto an die Stadt zu bringen. Ein Mann, der 400, der von Ralfach vorbereitet wird, der im Dezember noch in Paris gelaufen ist bei den Rallye-Champions. Udo hat sich den gemietet und wird hier im Hinterland natürlich versuchen, die Gruppe A ausrufen. Die Gruppe A ausrufen Die Gruppe A ausrufen Die Gruppe A ausrufen Wir haben noch ein paar Sachen, was wir hier machen. Stefan, tut uns um. Stefan, tut uns um. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020